Feuer. Wo machst du Feuer? Ach, da macht er Feuer. Hallo, zum Feuermachen. Wir wollen noch ein bisschen Forest spielen. Eigentlich wollte ich was anderes spielen, aber die Kameraden melden sich nicht. Dann haben sie Pech, ne? Und wir haben beschlossen, wir suchen mal ein bisschen die Steinschloss-Teile. Das wird eine Stückel-Folge. Weil wir laufen jetzt nicht alles ab und gucken und tun und machen. Ich bring mal einen Baum. Ich hab Federn gefangen. Tschüss, Baum. Wir nutzen dafür natürlich... Da ist das Kreuz! Wir nutzen natürlich dafür eine Hilfe. Warum machst du das? Das ist ein Vandale. Hier, wir haben dieses Kreuz gesucht. Da sind wir die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Guck mal, hier ist das Grab. Ja, das kann sein. Ich hab ein Foto, ist hier. Hast du dir das angeschaut? Ein Bötchen. Erst mal den Pilz. Warte, wo denn? Den da. Da ist keiner und den hab ich schon gegessen. Den ess die. Weiß ich nicht, die kann ich nicht essen. Bin beide bei mir giftig. Hab ich Prenn? Ein böser Mensch, ein böser alter Mann. So, jetzt würd mal sagen, jetzt haben wir es. Ja, der Manfred hat sich das hier markiert, weil er die Stelle schön findet. Hier könnte man ja mal was basteln, ne? Willst du? Dann mach es. Aber jetzt ein komischer Bug. Ja. Äh, ich glaub, es fliegt gleich wieder nur los. Was ist mit dir los? Oder mach das jetzt nicht, bumm. Man kann durch den Stein durchgehen. Geh mal hier an das Loch. Warte mal, ich muss mal kurz dieses gebackte Ding wegwerfen hier irgendwo. Oh ne, ist mein ganzes Dynamit bugged. Ahaha, der kann hier ja gleich zumutteln. Hast du die Teile da wenigstens drin gefunden? Kannst du eine andere Waffe nehmen? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich glaub aber, das war normal. Aber, na gut, wir haben jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt, ne? Hast du die Sachen gefunden da drin? Ne, das war ja so, ich hab das Dynamit angezündet. Hab's denn. Nein, ob du die Sachen hier im Loch gefunden hast. Ich mein das davor. Ja, und ich hab doch gesagt, das hab ich. Ach so, dann das hab ich nicht gehört. So, aua. Das hast du verdient. Wer mir nicht zuhört, kriegt noch einen Stein am Kopf. Oh, hier ist ein Pilz. Oh, der war gut. Ich hab Hunger. Wir hatten doch hier ein Feuer, ne? Ich hab auf einmal mörderischen Hunger. Ich hab aber voll Glück. Alle Pilze funktionieren bei mir. Ah, erst mal Feuerholz hier. Du bist so in einem Sack. Erst mal Feuerholz hier. Vollkommen sinnlos. Wer weiß, wofür wir das Dynamit noch brauchen. An nächster Füter, dass es sich festgebackt hat, dieser Müll. Nee, du musst ja nicht vorher mit Dynamit Bäume hacken. Hä, ich hab das Loch damit gesprengt. Nein, aber davor hast du Bäume damit gesprengt. Ja, da war es aber noch nicht verbackt. Ja, aber ist ja erst mal egal. Du hast es getan. Du hast es getan. Bin ich so ein langweiliger Bäume-Schützer. Bäume sind wichtig. Gibt's genug auf der Welt. Warum willst du jetzt einen Lockholder bauen? Ja, das ist Holz. Du hast es gebrändet. Ja, da nehme ich einen toten Baum hier. Der hört auch nicht auf, ne? Wir wollten weiter Löcher suchen. Und? Holz? Ja, was willst du damit? Hier liegt noch eine Leiche. Hör dir das Holzlied an, dann weißt du, was Holz bedeutet. Ich kenne nur das Lagerfeuerlied. Ja, alles. Beschuldig. Unter der Frau war ein Vogel. Feuerholz. Feuerholz. Ah, doch noch Holz. Ja, was soll diese sinnlose Aktion? Erklär sie mir. Dann verstehe ich es vielleicht. Hä, die ist doch nicht sinnlos. Doch. Wenn ich später eines Tages sie baue, habe ich schon Holz. Ach, wenn? Aus den Bäumefällen habe ich schon ewig nicht mehr. Das ist nicht sinnlos. Wenn, dann ist es nur für dich sinnlos. So, Punkt. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Warum? Ich muss ja immer eine Folge, da wir hier ist, bauen. Was musst du? In der Folge bauen. Dann kommt ja der Oldman wieder an. Nein, nein, nein. Das sind ja sonst die Leute nicht. Ey, Dieb! Dieb! Habt ihr das gesehen? Dieses gierige Kind? Scheiße. Ah ne, der ist so groß. Können wir am besten auch gleich schön hier eine Basis aufbauen. Warum? Da passt genau der letzte rein. Ja, an den nehm ich mit. Ach, nimmst du mit? Oh, da waren es doch nur zwei. Ja, den kannst du auch schleppen. Das macht dich nützlich. Puh, du hast das gehackt. Schlepp du. Ich baue sonst noch einen neuen Lockholder. Ah! Ja, okay. Wir haben das gefunden. Jetzt denke ich mal, machen wir mal einen kurzen Stopp. Und wenn wir in der Nähe von dem nächsten Ding sind, dann suchen wir halt wieder. Dann melden wir uns wieder. Einverstanden? Ich hab das Holz losgeworden. Du kannst doch noch einen Lockholder bauen. Wenn du mal hier später bauen willst, dann hast du schon mal Holz. Ich werd hier auch später bauen. Ne, 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 ne. Rum herum um den Bein. Das findest du nie wieder. Oft soll das erstmal ein Stickmarke. Das findest du nie wieder. Guck mal, wo ich stehe. Das finde ich wieder. Das ist an der Eck, wo da hinten auch die anderen Dinge sind. Die Hütten. Na gut, machen wir so, ne? Hier ist es gemütlich. Da ist es gemütlich? Hier ist ein Knochen. Findest du das da echt gemütlich? Natürlich. Der ist abgeprellt. Na gut, wir albern wieder nur rum. Denn, bis gleich. Da fällt mir... Da fällt mir... Haha, du bist so klein. Da fällt mir ein Kinderlied ein. Ich hol mal ein bisschen Dynamit, ne? Warte mal. Okay, ich bleib hier drin. Wo haben wir denn da? Anzünden. Ist doch kein Dynamit. Da denkst du, ich schmeiß da Dynamit rein. Ja, schmeiß rein. Nein. Braucht dich doch. Dann schmeiß ich mein eigenes rein. Ja, aber geh da vorher raus. Nee. Nein, wir haben nicht gespeichert. Mach doch nicht mehr so einen Schein. Manfred ist heute richtig destruktiv hier. Oder destruktiv. Nicht dis. Dissen tut er mich. Aber wir müssen jetzt hier von diesem Loch ans Wasser gehen. Ans Water. Es kann natürlich sein, wir haben ja schon vier Teile gefunden. Ah, hier sind Pflanzen. Ich weiß nicht. Oh, ne Lizardpflanze. Lass uns mal nach unten, da sind die Hütten. Ja, was hab ich gesagt? Wir müssen runter zu den Hütten. Du hast nicht Hütten gesagt. Du hast wieder nur rumgespielt und hast mir nicht zugehört. Hast du noch Sprengzeug? Sonst spreng ich. Ne, mach was dann. Ja, ich seh die Stelle schon. Ich seh sie nicht. Nein, hier immer so ne Löcher sind das hier. Sowas hier. Oh. Wenn du noch hast, dann mach, wenn du möchtest. Ah, ich hab keinen Brauch. Ist hier irgendwo Alkohol? Ah, getroffen! Ah, das fünfte Teil. Ja, ich hab jetzt gar nichts gesehen, aber wo sind denn die? Zwei von acht. Zwei von acht. Old Gunpa, zwei von acht. Müsstest du auch haben, ne? Warte mal. Wo kann man das denn sehen? Fünf, drei, sieben. Warte mal. Ich hab sieben. Zwei. Drei. Fünf. Egal, wir laufen die eh alle ab, ne? Oh, Alkohol. Meins. Wo? Meins sind es? Ne, sag mal, wo der war. Licht durch hier überall. Nein, ich seh hier gar nichts. Hier seh ich einen Schokoriegel und Steine seh ich hier. Dann sammle mal so viel Alkohol, wie du, dass du zu viel hast. Dann droppst du den doch wieder. Dann seh ich ihn auch. Vogelbitten. Stein abgeworfen. M-m-m. Alkoholsuche. Habe ich dir doch erzählt, dass ich... Das ist doch so. Das kennen wir doch. Wir brauchen Federn. Ich muss nur noch Manfred herren und federn. Hier werden keine Tiere gefangen. Die werden gleich erschlagen. Guckt euch das an. Sind... Äh... Das oberste Glied in der Nahrungskette. Ja, da oben. Irgendwo in den Bergen. Da waren wir gewesen. Aber es ist nichts zu sehen. Von dieser Anlage. Ne, ich weiß nicht, ob wir in die Richtung müssen. Alkohol! Ich hab Alkohol. Ihr ist Alkohol auf einmal. Drei Buddeln. Immerhin, ne? Kommst du mal wieder her? Warum? Ne, wir müssen weiter. Ja, hier gibt's nur Alkohol. Ja, aber doch nicht für mich. Weißt du ja nicht. Ich weiß das. Na gut. Dann nehm ich die Koffer halt nicht mit. Die Koffer brauch ich nicht hingehen. Die macht er immer kurz vor auf, bevor ich da bin. Damit ich mich dann ärgere. Ich brauch Energie. Warum hab ich ja keine Energie mehr? Ich muss schon wieder was essen. Ich glaub, wir müssen uns mal ein Feuerchen machen. Das ist aber komischer Alkohol. Ja, der schleppt die ganze Zeit mit sowas rum. Übrigens, wir haben da oben Wildschweine gesehen. Und den Kopf haben. Ich hab ihn verloren. Ja, und wo ist jetzt der Alkohol? Oder bin ich jetzt schon zu weit? Ich glaub, ich hatte noch Platz. War da hinten so ein Koffer? Wie holt sie denn doch? Da muss so Alkohol drin sein. Ne, meistens liegt der ja hier am Strand rum. Vorhin, den ich gefunden hab, der lag auch am Strand. Hier ist ne Flair. Die Koffer sind zu. Aber pass auf, er kommt gleich. Guck mal, das ist mit dem Kopf, äh, mit dem Hai öffnen. Das geht nicht. Du musst doch auch sein. Medizin hab ich gefunden. Äh, warte mal, hör doch mal auf. Äh, mach doch gar nichts. Doch, du hast mich geschobst. Du hast mich geschobst. Ja, ich mach das halt. Oh, viele Koffer. Keine nimmt's? Ich hab's schon genommen. Ich glaub, für dich was übrig gelassen. Nein, ich brauch's noch nix übrig. Ich hab's schon, also gut wie alles. Denn dann brauchst du die doch nicht nehmen, wenn du alles hast. Da ist ja noch Stoff drin. Stoff wird nicht verschwendet. Hier ist mein Alkohol. Ah! Eins. Drei Flaschen hab ich noch Platz. Warum rennst du mich immer um? Ach, das ist der Hai koffer ist wahrscheinlich. Oh, ich hab jetzt genug Alkohol. Meins? Ja, nimm den. Kann man einen Hai koffer aufhauen? Ich muss auch was trinken. Naja, nehm ich halt einen Soda noch, haben wir genug. Na gut, wir machen mal wieder Stopp. Und wir melden uns gleich wieder, ne? Okay, bis gleich. Ah ja, versuch mal. Kann man eigentlich einen Manfred braten? Geht. Nee, geht nicht. Nee, aber er fängt kein Feuer, ne? Ich mein Manfred braten. Ah, lecker Manfred. Wo holst du denn den Kopf? Holst du denn aus der Tasche? Na gut, bis gleich. Ich nehm auf. Erstmal Licht machen. Soll ich euch was sagen? Wir waren schon an der richtigen Stelle. Ah, ein Vogel. Hallo, kleiner Vogel. Gib mir deine Vögel. Arschloch. Er ist immer bei mir, ne? Man ist vor ihm nie sicher. Wir müssen jetzt hier irgendwie hoch. Oh, mit einem Hai kann man, mit einem Hai kann man also keinen Vögel erschlagen. Bei Old Man's. Ja. Mich kann man mit allem erschlagen. Mit allem. Allem. Oh, vorbeigeschlafen. Halt. Pflanze. Alohe. Alohe. Hallo, Vera ist hier. Achso, ich kann nicht mehr Bären tragen. Aha. Noch mehr Alo. Hallo. Nicht nicht tragen. Guck mal. Guck mal. Was? Achso. Ich hab das vor Haikopf gar nicht mehr gesehen. Wir hätten uns ja da auch eine Lampe bauen können. Hey, mein Haikopf. Bist du ein Idiot. Bist du jetzt weg? Ah, cool. Ich hab den Kopf noch. Oh, sorry. Ist jetzt mal ein Seil drin. Der soll ich nicht mehr brauchen. Ah, ein Stein ist jetzt drin. Ah, ein Stein ist jetzt drin. Gut, dann haben wir die Stelle ja auch schon gefunden. Wollen wir uns mal einen temporären Gelder bauen? Und mal speichern? Ja. Machst mal bitte. Ja. Wenn ich das Müh finde. Bäh. Nimm einfach Möhr. Ich hole noch Stickies. Das ist nett. Ich hab keine mehr. Oh, das ist schlecht. Da, 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 guck. Oh, ein. Ja, gut. Jetzt vier Stickies fehlen uns noch. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ein Baum. Das ist auch ein Baum. Das ist auch ein Baum. Das ist auch ein Baum. Das ist ein Baum. Baum. Schnee. Sticky. Jetzt fehlt hier noch Wölfe. Ja, wie bei Minecraft. Die man dann zähmen kann. Und Ocelots. Wo man dann Katzen draus machen kann, ne? Was? Nein. Katzen, meine Hälfte. Hab ich denn nicht viel gemacht? Ich wollte das erst da drin machen, aber dann... Ich hab erst mal gespeichert. Du auch? Und jetzt machen wir Z, ne? Dann haben wir hier mal geschlafen. Wenigstens ist es wie der Tag. Mein Kopf. Nix mit... Ah, doch. Ich wollte schon sagen. Mein Kopf. Das ist einfach so verschwunden, ne? Na gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. Scheiß Feuerzeug. Wildschwein, wo willst du hin? Au! Dummes Schwein! Ja, die gefällt das wieder, ne? Da lacht der Manfred. Hättliche Male. Naja, gut. Wir haben ja die ganzen Fotos nicht gefunden. Ja, ich nehm schon wieder auf übrigens jetzt, ne? Wir sind jetzt an der nächsten Stelle. Der Manfred weiß wo. Nö. Bleib hier sitzen. Kann ich dich? Puck dir in meinen Heilkopf rein. Das ist ungesund. Hier ist was. Hier kann man was nehmen. Ach, nen Stein. Ich hab aus dem Felsen einen Stein geholt. Hast du genug Sprengzeug noch? Ich hab das Loch verloren. Was hast du verloren? Das Loch. Das Sprengloch. Oh, das ist nicht gut. Aber es war ja hier. Es war hier irgendwie... Oh, hier sind... Ich hab irgendwas mit Halo gesagt und dann hab ich's gefunden. Halo, 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 Halo. Das Glück hatte ich wohl nur einmal. Halo? Halo-Loch? Ach, wir werden das schon finden. Müsste ich so fies sagen, ich muss ja nicht schneiden. Oh, wir sind jetzt auch falsch. Das müsste weiter oben sein. Oh mein, ja, ich... Warne dir, das wird langsam dunkel. Warte. Jetzt sind... Jetzt wird's langsam heiß. Hauptsache, hier liegen erstmal ein paar Koffer. Ja, dann bist du aber viel zu weit weg. Nehme ich mal an. Das ist nur ein Campingplatz. Also, du suchst das Loch gar nicht mehr. Natürlich. Ja, aber das ist doch viel zu weit weg. Ich bin grad denselben Weg gegangen, den ich vorhin bei Halo kam. Ja, da waren wir aber nicht beim Campingplatz. Da war ich. Und als ich... Ich hab das Campingplatz grad zum ersten Mal rufen, weil ich wohl zu weit laufen... So. So. Und die Tee, alles gleich raus. Da, da, da. Mäh. Oh, weil immer die... Ja, ich hasse sowas. Mäh, mäh, mäh. Meinst du, warum mir sonst zu Hause nicht das Chaos ausbrechen würde? Ach, diese scheiß Bäume kann man nicht abhacken. Ich frag mich, wo du bist. Guck da einfach nach dem Namen. Ich seh keinen Namen. Du sneakst wie der... Da ist er, da ist er. Hier ist übrigens das Loch. Hä? Bei mir. Da, alles gleich aus hier. Hier, bei mir. Seht trotzdem alles gleich aus. Hier, bei mir. Los. Hast du noch? Ja. Dein, dein... Oh, du hast deinen Heikopf zu dich hingelegt. Hättest du ihn mal bei mir. Vielleicht. Vorholz wäre er gesorgt. Uhren kann ich nicht nehmen. Das andere aber. Hast du deinen Heikopf noch? Natürlich. Was bauen wir? Was nicht? Ist das nicht irgendwas Schönes, Kleines? Eine Bank. Eine Bank. Klingt doch sehr gut. Kann man noch Ausdauer tanken. Zwei, drei. Zwei, drei. Ach, man braucht ja nur Rechtsklick machen. Wir haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kann das sein, dass das bei mir verbuggt ist? Was denn? Eins, zwei, drei, vier... Fünf Teile habe ich erst. Wie viele hast du? Warte. Ich muss nur Rechtsklick drauf machen. Moment. Ach, hier ist noch eins. Eins, zwei, drei... Ne, drei... Na. Wie viele Teile wäre ich da? Sechs. Fünf. Sechs habe ich. Da ist noch bei der Taschenlampe irgendwo eins ganz versteckt. 34 Kugeln habe ich. Äh, Taschenlampe? Äh, das habe ich ja schon. Ach so. Äh, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, ich habe so ein ganz langes Teil. Das liegt so links auf dem Tuch. Denn die, 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 den Pistolenkörper. Denn genau, wo der Abzug sonst sitzt, da habe ich so ein komisches geringeltes Teil. Und dann habe ich noch zwei Teile unter dem Tuch, wo der Lauf hinkommt. Und oberhalb der Pistole habe ich auch noch ein kleines Teil. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das bei dir aussieht, ne? Ich kann das nicht beschreiben. Mach lieber die Pistole fertig. Ach. Oh ja, das ist eine gute Idee. Geh auf deine eigene Bank. Geh auf deine eigene Bank. Geh ich halt auf die eigene Bank. Ach, du hast zwei gebaut! Äh, ich glaube ich... Olli? Ja, ich pack fest. Oh. Ich habe eben einen Schreck gekriegt. Hey, ich war gerade hier unter der Erde. Ja, ich weiß! Bist du hier und wie? Die Züge hier ja da durch den Boden. Jetzt müssten wir hier ein Feuer reinbauen, ne? Aber das ging, glaube ich, nicht. Da hattest du doch schon geguckt. Ich gucke jetzt mal lieber zur Seite. Gut. So ein großes Feuer hätten wir bauen sollen. Naja, jetzt ist es auch egal. Gut, ich stoppe erstmal wieder. Wir melden uns wieder, wenn wir fertig sind mit dem Gedallrund in der Nähe von so einem Ding, ne? Warte mal. Warum? Das geht! Geil! Na gut, wir bauen uns ein Lagerfeuer. Bis später. Tschüss! So, wir haben ein Floß! Ich glaube, diese Inseln hier. Das sieht gut aus. So, warte, ich muss die Tür rein aufzumachen. Warum habe ich eigentlich diese komische Axt? So. Kommt's klar, Jorn, ne? Ja, ja, ich muss die Tür rein machen, wegen den Eltern. Ach so, alles klar, alles klar. Was sind denn das für Geräusche? Ich ruhe. Ja, immer. Trap, 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 trap. Boden. Alles zusammenschneiden ist nicht schlimm. Das kriege ich schon hin. Boden. Boden. Das stundenlange Rumgesuche ist viel schlimmer. Kann ich auch auf Land fahren? Geil. Ich springe hoch und bin das Katana los. Der, die das Katana... Oh. Das ist nicht die richtige Insel. Guck mal, da hinten sind noch welche. Siehst du die? Da, wo der versunkene Container ist. Ich glaube, die müssen wir nehmen. Kann man das schieben so einfach? Geil. Das ist nicht Minecraft. Oh, nicht über die Insel. Naja, die inzwischen kannst du, glaube ich, durch. Hier, äh, rechts jetzt. Rechts. Rechts. Hier durch. Guck das rechts. Ach gut, nix. Du musst in die Richtung, da hinten, wo ich hinkucke. Ich weiß, ich will hier rumfahren. Ach so. Das sah ihm so komisch aus. Ah, ich glaube, die Insel da hinten ist es mit dem Geröll da drauf. Mit dem Gewöll. Trap, 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 trap. Das ist der Motor. Das ist ein Einzylinder. Drei Umdrehungen pro Minute. Top, 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 top. Na, es sind doch ein paar mehr. Was? Warte mal. Ja. Das sieht gut aus. Huh. Jetzt habe ich wieder kein Katana in der Hand. Jetzt behalte ich aber die Ohrlaxt. Du hast aber schöne Schuhe. Habe ich auch so eine schöne Schuhe? Habe ich wieder ein Knochengesicht? Ja. Ah, geil. Ich bin Manfred. Nee, du bist der Manfred Meiers. Freitag der 13. Gibt es ja mittlerweile auch schon, ne? Das Spiel. Das ist, glaube ich, jetzt schon Release gewesen. Aber da war der, der... Hier hinten müssen wir hin. Ja, scheiße. Ja, Schwimmer. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Jippie, jippie. Schönes Wetter heute. Wie mich das doch freut. Es kann natürlich sein, dass wir auch an eine Stelle kommen. Bis jetzt haben wir immer sehr viel Glück gehabt, wo wir schon waren. Wir hatten ja schon ein paar Teile gefunden. Aber die laufen wir alle ab, weil vermutlich dem Manfred noch was fehlt. Ich mach Steinhopping. Ich mach, ich mach Steinhopping. Ja, geschafft. Und, ah, runter. Und, ja. Hier baue ich mir ein Sommerhaus. Was willst du denn mit dem Floß hier? Mach das mal nicht so dicht. Nicht, dass das kaputt geht durch die Explosion. Wir können kein neues bauen. Achso, warte mal. Der Stein ist nämlich schon hier vorne. Hast du noch Exklusives? Ich hab genug. Ein reicher Mensch. Schieb das mal vorsichtshalber weg. Ich will nicht, dass das kaputt geht. Wenn das jetzt kaputt geht, hau ich dich. Das ist nicht hochgegangen. Geh mal gucken, warum das nicht hochgegangen ist. Hm, hat rumgepackt.